moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch ein brandneues side e-stack zeigen dieses e-stack wurde erst gestern oder vorgestern neu hinzugefügt und es wird auch direkt herausgefunden und zwar könnt ihr bei diesem e-stack gratis loot bekommen und wenn ihr glück habt kriegt ihr auch perks so ich zeige euch jetzt wie das funktioniert als allererstes braucht die granaten am besten die splitter betäubungsgranaten oder die semtex ihr könnt auch hier links und rechts vom packer punch bei den türmen die trümmerhaufen auf dem boden durchsuchen denn dort kriegt ihr auch noch mal gut schrott und ich kaufe mir auch noch mal eselstritt denn wenn ihr dann granaten von der werkbank kauft kriegt die anstatt eine direkt zwei wenn ihr die granaten dann habt dann kommt hierhin wo ich hingehe und zwar ist hier ein gulli leute wenn ihr hier nun die granaten reinwirft hört ihr einen zombieschrei ihr müsst jetzt hier so lange granaten reinwerfen am besten betäubungsgranaten splittergranaten semtex geht auch macht das so lange bis hier loot rauskommt das könnt ihr dreimal machen in einem spiel und wie ihr seht das mindeste was ihr bekommt ist immer hier diese kasimir aber ihr könnt natürlich auch perks bekommen so das war's dann mit dem kurzen video mit dem sidee stack ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal